Nachdem DENT um über 12.500% explodiert ist, sind wir auch wieder um 97,5% gefallen. Ob ich jetzt hier einen riesen Einkauf bei DENT machen werde, ganz genau hier an diesem Punkt, was ja fast das All-Time-Low ist, genau das erfahrt ihr jetzt in diesem Video. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Komponente Deutschland. In diesem Video gibt es ein Update-Video zu DENT. DENT ist einer meiner Lieblingscoins, nicht weil DENT mich dafür bezahlt, dass ich Videos zu DENT mache. Ich habe auf meinem Kanal bestimmt schon 5-10 Videos über DENT gemacht. Auch eins meiner allerersten YouTube-Videos war über den DENT-Coin, weil ich mit DENT einfach das meiste Geld bisher verdient habe im Kryptomarkt. Jetzt nicht von der Menge her, aber prozentual gesehen war DENT einer der Coins, mit denen ich mein erstes großes Geld tatsächlich dann verdient habe. Weil ich DENT ziemlich früh gekauft habe. Nach dem Corona-Crash habe ich einmal DENT gekauft und dann auch hier einmal noch am 01.01.2021. Das war eben einer der Coins, mit denen ich sehr, sehr viel Geld gemacht habe. Und deshalb war DENT immer ein Lieblingscoin von mir, weil ich mich auch sehr viel mit DENT beschäftigt habe. Ich werde von DENT nicht bezahlt. Falls einer aus dem Team von DENT das aber sieht, kann das gerne ein bezahltes Video sein, weil ich DENT schon sehr oft erwähnt habe. Kleiner Spaß am Rande. Aber bei DENT ist jetzt die Sache so, viele Leute kennen mich auf dem Kanal auch durch meine DENT-Videos, weil meine DENT-Videos schon sehr, sehr bekannt geworden sind. Und DENT war immer einer meiner Lieblingscoins, weil es einfach ein funktionierendes System hat im Bereich Mobilfunk. Ich habe auch, glaube ich, mal ein Video gemacht, wo ich genau erklärt habe, was DENT überhaupt macht, wie DENT funktioniert, was das System dahinter ist. Aber jetzt ist DENT um 97,5% eingestürzt vom ersten Punkt, wo ich DENT gekauft habe. Ja, hat DENT ca. 20.000% gemacht, sprich 200x vom Tag, wo ich mein Alkoholportfolio eingerichtet habe, 12.500%. Jetzt ist es so, wie gesagt, 97,5%. Kurze Frage, totes Pferd, soll man die Finger davon lassen oder sollte man rein investieren? In meinen Augen ist die Entscheidung ganz, ganz, ganz easy. Ich persönlich, um es kurz zu machen, investiere definitiv jetzt in DENT. Jetzt ist einer der größten, ja, einer der besten Zeitpunkte, um weiter DENT für sein Portfolio zu kaufen. In meinen Augen, das ist nur meine persönliche Meinung, denn wir formen hier aktuell einen wunderbaren doppelten Boden. Ja, ich weiß, viele Leute halten nichts von so doppelter Boden und so weiter und so fort. Ja, auch die Fundamentalanalyse ist in Begleitung der technischen Analyse sehr, sehr, sehr wichtig. Aber da ich die gemacht habe und mich mit DENT auskenne und langfristig an DENT glaube und in meinen Augen weiß, dass DENT ein Coin sein wird, den es auch noch in 5 oder 10 Jahren gibt, ist das hier definitiv ein Punkt, bei dem ich kaufen würde. Wir sind jetzt bis zum aktuellen Punkt vom absoluten All-Time-High bis ganz genau jetzt 97% weiter unten. Das heißt, hier ist auf jeden Fall einer der Punkte, bei denen man aktuell am tiefsten kaufen kann. Natürlich hat man bei Altcoins immer das Risiko, dass es hier eine kleine Bewegung runter geht und zack, boom. Man ist hier eben 50% im Minus. Wenn wir jetzt hier nochmal wirklich eine starke Kerze nach unten kriegen, bei Altcoins beispielsweise, die letzte starke Minus-Wochenkerze war hier über 33% Minus. Das ist natürlich krass. Bei Altcoins hat man natürlich ein sehr, 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 sehr hohes Risiko. Aber wie ich euch auch schon bei WeChain erklärt habe, ist das bei mir so, als Trader sehe ich nicht nur immer das Risiko und ich kann verlieren und so weiter und so fort. Hätte ich so immer gedacht, dann hätte ich in meinem Leben nie Geld verdient. Aber ich sehe alles in einer Chancen-Risiko-Brille. Das heißt, ich sehe das Risiko und die Chance niemals alleine, sondern immer im Zusammenhang. Das heißt, ich sage, hier ist ein Risiko und dann frage ich aber, was ist die Chance? Und wenn ich eine Chance sehe, okay, hier ist eine Chance, wo ist aber das Risiko? Und vergleiche das dann und suche mir dann ein Verhältnis raus. Und wenn ich mir jetzt einfach mal anschaue, dass ich jetzt hier kaufen würde und sage, okay, ich möchte jetzt hier in Dent investieren bei dem aktuellen Kurs und ich sage, ich möchte maximal 50% meines Kapitals riskieren, sagen wir einfach mal 60%, dann könnte ich das Ganze hier unten hinsetzen, quasi mein Stop-Loss. Ich rede jetzt hier nicht von einem Trade, aber wo ich dann meine Holding-Position verkaufen würde, sagen wir einfach mal hier runter bei minus 70%, wo man wirklich hier über einer sehr, sehr starken Liquiditäts-Adress sitzt. Hier kann man sich dann eine Sell-Order theoretisch reinmachen. Und ich würde verkaufen, wenn wir wieder ungefähr auf Höhe des alten All-Time-Highs kommen und dann würde sich hier ein Chancenrisiko von 33,5 ergeben, was in meinen Augen sehr, sehr gut ist, wenn ich das Ganze hier auch nochmal ein bisschen anpasse und einfach sage, okay, wenn wir den doppelten Boden hier brechen, also wenn wir wirklich hier nochmal einen potenziellen Crash sehen würden, was sich ja da andeuten würde, indem wir hier durch diesen doppelten Boden durchbrechen würden, dann kann man auch sagen, okay, dann verkaufe ich hier meine Dent-Position und dann hätte ich auch bereits ein Chancenrisiko-Verhältnis von 121. Das heißt, ich kann das 121-Fache hier gewinnen als das, was ich riskiere. Und das ist auf jeden Fall in meinen Augen ein wunderbares Chancenrisiko-Verhältnis. Hier natürlich ist das ein sehr, sehr hohes Chancenrisiko-Verhältnis und es ist auch natürlich weit bis hier nach oben. Aber Dent ist für mich halt einfach ein Projekt, was in meinen Augen eben langfristig funktionieren kann und unterscheidet sich deshalb auch von anderen Coins, wo einfach ja nur eine Idee da ist, irgendwelche drei Freunde sich zusammengesetzt haben und gesagt haben, wir machen jetzt mal den Coin, hängen da einfach am Ende Inu dran und dann verkauft sich das schon und das dann auch tatsächlich funktioniert oder so ein Scheiß wie PepeCoin und Pipapo, das hat ja kein Hand und Fuß, da ist ja nichts dahinter. Das ist ja einfach nur ein Coin, der gehypt wird. Bei Dent ist aber tatsächlich was dahinter und das gefällt mir eben sehr, sehr gut an Dent, weshalb ich auch schon ein langer, großer Investor in dieses Projekt bin. Und deshalb werde ich auch bei solchen Preisen hier aktuell hier unten meine Position bei Dent definitiv weiter ausbauen. Ja, definitiv, denn bis nach ganz oben kann ich 23x machen oder gegebenenfalls eben 20% verlieren. Das heißt, ich setze 1000 Euro rein und kann dann vielleicht 20% verlieren. Das heißt, ich kann 200 Dollar verlieren, kann aber mit etwas Glück natürlich meine 1000 Dollar mal 23 bekommen. Das heißt, auf 23.000 Dollar, wenn ich jetzt nicht gerade falsch gerechnet habe. Ja, auf jeden Fall kann ich hier 23x machen, das heißt, ich kann ja wirklich aus meinem Geld sehr viel Geld machen. Trotz allem würde ich natürlich nicht alles auf ein Pferd setzen, das wäre dumm. Ich bin in Dent investiert. Dent ist von den vielen Altcoins, die ich halte, was weit über 50 Altcoins sind, die ich halte, einer meiner größten Altcoin-Positionen, aber auch immer mit Bedacht. Es macht vom Gesamtportfolio aber definitiv weniger als 5% aus, meine gesamte Dent-Position. Und man muss natürlich auch sagen, ich habe bereits vorher sehr viel Geld mit Dent verdient, weshalb ich sage, okay, wenn ich jetzt hier was verlieren würde, bin ich mit Dent wunderbar zufrieden und immer noch sehr, sehr krass im Gewinn. Dent befindet sich in meinen Augen auf jeden Fall auf einem sehr, sehr guten Weg. Wir haben hier den größten Widerstand, haben wir hier gebrochen und das könnte hier auch ein potenzieller Retest sein, oder man könnte das hier als potenziellen Retest, was wir hier aktuell sehen, werten, weshalb das in meinen Augen gar kein verkehrter Einstiegspunkt in Dent ist. In meinen Augen meine persönliche Meinung dazu an dieser Stelle. Ich persönlich kaufe Dent jetzt aktuell, ist es für mich definitiv aktuell ein Kauf. Wenn ich mich entscheiden müsste, kaufen oder verkaufen, aktuell kaufen. Wie gesagt, niemals alles auf ein Pferd setzen. Es ist eine langfristige Position, das hat jetzt nichts mit schnell Geld verdient zu tun. Ich habe meine Research zu Dent gemacht. Ich habe bereits mit Dent viel Geld verdient und mir würde deshalb jetzt nicht wehtun, wenn ich ein bisschen was reinsetze. Und ich setze auch eben nicht viel rein, sondern eben nur ein bisschen. Ich würde da jetzt auch selber nicht mit irgendwie 10.000, 20.000, 30.000 hier in Dent reingehen, nur weil hier viel Potenzial nach oben ist. Viele andere Coins haben auch viel Potenzial nach oben. Wie ich auch bei XRP bereits gesagt habe, ist eher so ein Coin, wo ich die Finger vorn lasse, weil ich nicht viel, weil ich halte was vom System, aber ich muss jetzt nicht unbedingt. Ich kaufe lieber Dent, wo ich hier ein besseres Chancen-Risiko-Verhältnis habe als XRP. Ein Coin, der schon extrem groß ist und aktuell noch eine dicke Klage an der Backe hat. Ja, da ist dann eher Dent für mich persönlich einfach die bessere Wahl. Schreibt mir aber gerne mal dazu eure Meinung in die Kommentare, würde mich sehr interessieren. Und wenn ihr mal ein Video wollt, wo ich erkläre, was Dent konkret macht. Ich meine, ich habe schon eins auf dem Kanal, aber ich kann es ja nochmal updaten und ein paar Neuerungen auch mit reinbringen. Dann schreibt mir das gerne in die Kommentare. Ich würde sagen, wir sehen uns und bis dann. Und ciao.